Hi Douglas, könntest du mir mal einen Gefallen tun und einen kurzen Blick auf meinen Lebenslauf werfen? Deinen Lebenslauf, wieso das? Willst du wieder arbeiten gehen? Ja, ich kann es einfach nicht mehr ertragen, weißt du, den ganzen Tag allein in diesem Keller zu hocken. Ich will ehrlich zu dir sein. Mir kommen langsam sehr merkwürdige Gedanken. Wirklich? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und kriege ich damit einen Job oder nicht? Nichts. Du solltest deinen Lebenslauf vielleicht nicht mit einem Textmarker schreiben. Ja, aha. Und welcher von den kleinen Strolchen warst du? Onions, von Millionen Menschen geliebt, bis der Bastard Alfalfa mir alles versaut hat. Also das hier, das würde ich echt streichen, denn das mit der NASA werden Sie sicher nachdenken. Lass mal bitte meine Sorge sein. Du sollst nur die Rechtschreibung und die Grammatik überprüfen und nicht jedes kleine Detail pingelig kontrollieren. Okay, verstanden. Du hast Space Shuttle Commander falsch buchstabiert. Dankeschön.